Juuu, was geht ab Freunde, what's poppin YouTube und willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem weiteren Pack-Experiment, das Best of Team of the Seasons draußen mit unfassbaren Karten. Man kann also dick Cash machen und wir hauen heute mal wieder Geld ins Spiel. Guuuut, 6000 Likes ist heute das Ziel, das ist die Challenge für euch, mal gucken ob ihr das packt. Viel Spaß mit dem Pack-Opening. Guck mal wie die bei mir aussieht, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, bravo, bravo, die werden können, aber ist ehrlich gut, 93er Rating ist auch stabiler, du ziehst halt die ganze Zeit MLS, ne? Warum zieh ich denn die ganze Zeit MLS, Mann? Bester Tots, einfach mal gönnen, okay, jetzt hat er aber gegönnt. Ja, finde ich auch stabil. Ein Duplikat hatte ich dabei, also vier Packs, zwei Tots, fünf Packs, drei Tots, der noch stabiler. Wow, langsam bin ich warm, langsam geht es in die richtige Richtung. Guto hat sein Ziel allein. Einer, wenn noch schlechter, hat zwei MLS. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Juuuuh, fünf Liga. Dritte deutsche Bundesliga, Junge, 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 Magdeburg. Jetzt geht es los, Mann, jetzt kommen die Big-Liefts. Jetzt kommen die Big-Liefts. Oh, war das wieder das gleiche? Ja, Lukaku. Oh, was ist das denn? Ja, der vierte MLS, ne? So eine Lieblingsliga. Hallo, Turner, do we have a cop of water for me, please? Mann, die reden ja, sind ja die aus England. Eigentlich so lustig, wenn man denkt, am Anfang vom FIFA-Teil freut man sich über jeden Walker und so, Geisteskrank. Und jetzt skippt man einen. Oh, 88+, Harry Kane, Sterling. Vorschau, Discard-Pack. Einer Junge, Discard, schnell, schnell. Nein, war Spaß, ich mach mich. Ich mach mich, Freunde. Am Ende steht ehrlich, weil man Christiano und Aldo. Ey! Hollat! Nein! Dann gib mir doch auch ein Van Dyke, Van de Boomen. Was war das für ein Pack? Ich hab dich mal hingeguckt. Na, mehr Sorgen. Van de Boomen. Ich bin reich! Oh, Van ist richtig, D ist auch richtig. Alles richtig, außer dann am Ende dieses M-Boomen. Meine Güte, Junge. Welche Tocks kommen bei dir? Geh mir den Buckel runterrutschen, Van de Boomen. Okay, ich würde sagen, Oskar Tavanier hol ich mir. So absurd, wer denn? Ich fühle mir sogar beide, wo da nur einer drin sein kann. Kennst du den schon? Ja, siehst du, ich bin. Da ist er. Da ist er. Scheiße, Fernando. Fernando Brandao. Aber ich ziehe jetzt meinen Serie A-Totpack. Jetzt muss ich doch einmal Glück haben heute im Spiel. Ich hätte bis jetzt noch gar kein Glück. Nur MLS-Scheiße gezogen. Und dritte Bundesliga. Komm schon. Portugal, Frankreich, Argentinien. Einen von denen will ich jetzt sehen, von den Flaggen. Portugal, Argentinien, Frankreich. Ist der besser oder schlechter als Ventavic? Oh, ich glaube besser. Aber halt auch nicht kurz. Rosovic, würdet ihr sagen, W oder L? Ich glaube, da take ich den L. Ich bretter hier gerade 50k-Packs. Ich kann gerade gar nichts, außer meine 50k-Packs im Auge haben. Boah. 88 plus aus 50k-Packs. Big win. Ja. Big win. Sergio Ramos. Wollte schon immer ziehen. Vor allem, wenn er so tanzen kann, wie er tanzen kann. So, Freunde. 20, 85 plus Spieler in einem Pack. Ich will euch gar nicht vollladen, weil ich mache keinen R3-Pack. Ich mache keine Fakten. Keinen Chance. Keinen nicht. Ich mache das Ding einfach auf, weil ich habe Frust. Und ich will es jetzt sehen. Es wird safe blau. Es ist blau schon mal. Argentinien. Stürmer. Warum nicht die Baller? Castellanos. Den hatte ich vorhin schon mal. Kann mir auch noch irgendwas Geiles hinter sein? Ich glaube, das war es auch schon wieder an der Stelle, oder? Drennt und mein Ohrkirch das halt. Drennt und sonst nichts. Oh Gott. Vielleicht verdrehen abzunehmen. Was? 1, 2, 3, 4, 5, Messi, 6, 7, 7, Tots, 8, Tots und Messi in einem Pack. Was ist das denn, Dicke? Warte, 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 warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tots plus Messi? Das ist schon Weltrekordverdächtig, aber trotzdem scheiße. Was ist das denn? Noch nie gesehen sowas. 8, Tots plus Messi. Hä, was sehen meine Augen? Krass. Und ein Best-of-Tots ist drin. Ich habe meinen ersten Best-of-Tots gezogen. Yeah. Jubel. Da ist er, da ist er doch. Jubel. Ich glaube, 70k-Packs ist ehrlich größer als 100k-Packs gerade. Junge, ich habe wieder ein Land. Okay, trotzdem, dann liegen wir nicht so lange. Boah. Jetzt, Best-of. Mani. Kulibali. Kulibali. Und da ist die halbe Mio, Junge. Ja. Junge. Mit 70k-Packs größer als 100k-Packs. Wir haben noch nicht viel verzogen. Wir haben noch nicht viel verzogen. Die Base. Ich sage ehrlich, die sind stabil. Die sind stabil. Ich hau die Leitungen noch so durch jetzt. Die sind einfach günstig und bringen geile Spieler. Ja. Was spricht gegen? 22% Totswahrscheinlichkeit. Was wollt ihr, Freunde? Zuh. Zuh. Gib her. Gib her. Und da ist noch was hinter. Da ist noch ein zweiter hinter. Da ist noch ein zweiter hinter. Da ist noch ein zweiter. Aber Walker und Hakin. Auf und auf. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Oh, der ist schon gesunken, 100k. Weil er wieder zu ziehen ist, Digga. Ich versterbe schnell. Ich bin schon wieder fast umgekippt. Heute passiert noch ein Unglück. Ich sage es dir, wie es ist. Wenn das nicht blau ist, verlos ich ein T-Shirt von uns. Krankreich. Schuhe, Medi. Diese Packs sind so krank. Diese Packs sind so krank. Geht rein da. Geht rein da, Alter. Oder ist bei der Coutta einfach nur verrückt geworden? Hat die eigentlich eben erhöht? Süß. Die Best of Tots. Die Best of Tots. Komm, Jürgen. Die Best of Tots. Komm, was ist der Wert, Chat? Sag mir, Preis, bitte. Ist der nicht auch... Der soll nicht so krass gefallen sein. Der muss doch von halben Millionen, oder? Die Packs sind so bombe. Der halbe Mio und die Packs gehen noch weiter. Geil, ey. Geil, 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 geil. Die Lightning Round läuft. Wir bleiben drin. Ah. Ah. Ah, halt mich fest. Halt mich fest. Ah. Da kennt man schon. Ich glaube, das ist der erste nicht aus dem Best of in der Lightning Round bei mir. Ja, sonst habe ich alle Tots, die ich bis jetzt gezogen habe, glaube ich, waren aus dem Best of. Aus den Packs zumindest. Oh, der dreht sich weiter, der dreht sich weiter und der dreht sich auf dem Dritt-Ex-Has-V-Spieler. Der hat mittlerweile auch einen Tots. Ja, so ist das, weil er von Hamburg weg ist. Wechselt von Hamburg weg und ihr bekommt nächstes Jahr einen Tots. Guuuut 20k. Hier haben wir meine Packs. Und wenn da einer kommt, dann fällt er mir auch ein. Oh, eben bei Deutschland hätte das noch höher sein können, ne? Blau, Belgien, super, 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 super. Und ich bleib weiter in der Lightning Round. Und was ist hier los? Was ist mit meinem Account gerade passiert? Was ist mit meinem scheiß Account gerade passiert? Hä? Bro, ehrlich mit Kopfkratzen? Digga, Best of Tots läuft aber gar nicht. Ehrlich mit Kopfkratzen gerade bei mir. Was passiert hier? Ja, EA und E sind offiziell gerade so. Er sagt zu mir, EA-Account, ne? Hehehe, sag zu mir, EA-Account. Ich glaube, es ist rausvoll, die muss zu gehen. Ja, ich habe EA-Account, was soll ich euch erzählen? Kevin De Bruyne, hier nochmal eine halbe Million. Digga, das läppert sich. Ein paar Millionen sind schon zusammengekommen auf jeden Fall. 1,5 habe ich gleich schon. Ja, Blau! Argentinien! Linksverteidiger! Ah, nee, Messi gibt es ja gar nicht. Ich habe an Messi gedacht, aber Messi haben wir heute schon gezogen. Aber nicht als Blauen, sondern als Goldene, natürlich. Bravo! Natürlich ist es bravo, der Messi-Frank. Der kein Messi-Frank ist, weil Messi nicht im Best of Tots ist. Ja, jetzt noch einer! Yes. Quadrat? Nee. Keine Ahnung. Hehehe. Gar keine Ahnung. Andrade, du brauchst dich ja nicht so abzufeiern. Keiner feiert dich gerade außer du selbst. Bleib ruhig, bleib locker, halt den Ballplatz. 1 Minute, nicht mal online. Warte, warte, Tots, 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 Tots. MLS, 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 MLS. Das wäre sehr, sehr schade. Das würde mir in meinem Herzen wehtun. Da gewinnt man mal und dann ist man nicht da, um den gewinn abzuwollen. Das gibt es doch nicht. Okay, jetzt warte ich aber auf die 125er-Lightninger. Und jetzt langsam gehen die Packs auf den Sack. Drei Best of Tots reichen. Alle guten Dinge sind drei, da sollte man auch aufhören. Und ich stelle einen daneben. Zwei Blaue, ist gar kein Problem für uns. Yes! Gar kein Problem. Wer ist das jetzt? Den hatten wir aber heute noch nicht. Burevo. Doch, ich hatte den schon. Leider, ja, leider. Aber sieht schick aus, zwei nebeneinander. Leider. Sieht schick aus. Nikita ist ehrlich, so ein Schläfer, 12 bis 20 Minuten. Blau! It's blue, it's a good one. Warum regnet das jetzt? Der Himmel heult auf einem auch los, weil ich hier ein Taxi aus irgendeiner Flieger wieder, die ich nicht f*** ziehen will. Zwei Packs noch, Freunde. Zwei Packs noch. Junge, das ist das jetzt von Regen. Oh! Ich dachte, Eiken. Ich dachte auch nicht. Hä, was war das? Das war viel zu hell. Das meint, das war bei deinem Donnarumma bei ihm auch so. Damit ist das so kubisch gut gekommen. Ja, hier gibt es immer wieder nass. Ich dachte, Eiken. Einfach Eiken-Frame von EA und dann kommt Donnarumma und tanzt wie ein falscher Fofi. Ja, brauchst gar nicht so grinsen, Grinsebackel. Einfach zweiter Donnarumma noch hinter mir am Start. Wir tanzen uns. So, und ich gehe wieder rein in die 125K-Leiter-Round. Ja, und man wird auch direkt belohnt dafür. Ja, aber klar, du seht link aus. Und man wird auch direkt belohnt dafür. So, wir los, los. Da bleibt man natürlich auch drin. Man muss am Ball bleiben, wenn man die dicken Fische ziehen will. Da muss man... Bei den Italienern sieht heute irgendwie alles anders aus, wenn die da rauskommen. Die sehen alle aus wie Eiken. Ehrlich, ja. Ehrlich, coolischerweise, ja. Jetzt kannst du bei mir mal gucken. Guck zu und lernt. Guck zu und lernt. Sogar blau. Ja. Ja. Mit Liebe. Mit Liebe. Mit Liebe gibt es jetzt so einen Mittelfinger zurück, der so schnapp. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnappi. Geht weg hier, Mann. Oh. Schon wieder? Schon wieder? Äh, schon wieder? Zweimal Messi in einem Pack opening und auch der geht in die nächsten SPC. Ey, warum hat der keinen Tots, Mann? Das freut mich hier. Bro, wir haben heute schon dreimal Messi gezogen zusammen. Hätte der einen Tots, wir wären schon Milliardäre in FIFA. Äh, und? Wie sieht das so komisch heute aus? Wieder Messi. Die Maria. Junge, 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 Junge. So, Freunde, wir kommen zum letzten Pack. Dann sind die FIFA Points wieder leer. Lasst gerne nochmal ein Like da. Ihr habt gesehen, was wir gezogen haben. Heute mal ein bisschen mehr Glück gehabt als sonst. Und so blenden wir das Ding. Wir werden abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Sag das eine Pack, wäre er ein Weltrekord-Pack. Unge Lügen. Acht Tots plus Messi, Weltrekord-Pack. Hahaha.